Wohnung, Loch, Hobbit-Höhle. Nenn dich wie du willst. Ich nenn dich einfach Bob. Also, merken, die Höhle da hinten heißt Bob. Also, da, durch den Tunnel, Bob. Dann nenn ich den Tunnel Dave. So, Dave und Bob. Ist hier schon was gewachsen? Ne, ihr seid noch nicht gewachsen, ihr eulen Dinger. Wachst bitte, wachst, wachst meine Lieben. Dann gehe ich einmal gerade beim Zuckerrohr gucken. Bambus, Zuckerrohr. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Loch. Das Loch wird jetzt erstmal zugemacht. Wir sind doch gar nicht so am failen. Oh, jetzt kriege ich aber gerade Hunger. Wann kriege ich denn jetzt Hunger? Ich habe aber auch schon länger nichts mehr gegessen. Und da ist ja noch mehr Lehm. Unglaublich. Schwimm doch. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Na. Eh, eh, eh. Jetzt juckt's. Du, du, du. Da ist ein bisschen was gewachsen. Warum hö... Hört mir jetzt erst auf. Warum höre ich eigentlich gar keine Sounds von, äh... Warum höre ich keine Sounds von, von Minecraft? Wieso höre ich keine Minecraft-Sounds? Warum nicht? Wieso, wieso, warum hö... Ähm. Hallo? Geräusche? An. Ja. Noch ein bisschen lauter noch. Musik aus. Ja. Okay. Ich höre irgendwie keine Sounds von Minecraft. Vielleicht hört man das ja auf der Aufnahme. Keine Ahnung. Grafikeinstellungen. Ich gehe dann gerade nochmal auf dunkel. Düster. Ja. Fertig. Zurück zum Spiel. Schön. Dann habe ich nämlich jetzt wieder ein bisschen Dunkelheit, weil ich habe ja mittlerweile Fackeln. Und das wäre ja so ein bisschen gemogelt. Das wäre so, als wenn man eine Anti-Sonnenbrille auf der Nase hätte. Und Anti-Sonnenbrillen gibt's ja nicht, ne? Also eine Sonnenbrille, die alles hell macht. Hier passt wieder nix hin. Das ist jetzt erstmal meine Bambusinsel hier. Ja. Oder meine Zuckerrohrinsel. Schwimmen. Schneller, Kollege. Schwimmen. Schwimmen. Wir wollen ja nicht in die Schlucht fallen, ne? Ach, das ist hier. Das ist. Ach, die. Ach. Hier, die Höhle geht in die Schlucht rein wahrscheinlich. Na, das wird noch eine lustige Erkundung. Da werden wir noch einiges an Spaß haben. Dü, dü, dü. Oh, da grummelt mein Magen gerade. So, und so, und so. Krummel. So, und so. Äh, und so. Und so. Oh, da waren gleich zwei. So soll's ja auch, ne? Hopp. Und da sind wir drauf. Äh, hä? Na. Nicht hier zu weit. Die, 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 die. So. Ne, das war falsch. Das war falsch. Das freut mich jetzt aber, dass man keine Spitzhacke mehr braucht, um da die, äh, ollen Treppenstufen wegzumachen. Ja, vormzuspringen, Kollege. So, jetzt haben wir hier einen Anleger, der noch etwas größer werden könnte. Möglicherweise wird er jetzt sofort größer. 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 Wenn der Tunnel, wenn der Tunnel Dave heißt und die Höhle da hinten bobt, dann nehme ich meinen Anleger jetzt, Pelle. Hä. Äh, ja? Wie nah komme ich denn da in die Höhle ran? Kann ich denn da gleich einen Übergang machen vielleicht? Das wäre doch mal richtig cool. Übelste Schlucht. Heftiges Ding. Die werde ich wohl mal irgendwie anschließen können hier. Versuchen tun. Wollen. Können. Und zwar mit einem Eingang, der wasserfrei ist. Das wäre da mal richtig, äh, praktisch so. Dass ich ein bisschen Moses spiele und einfach mal das Meer teile. Hiiii, hiii, hiiii. Moses spielen und das Meer teilen. Gute Idee. Wird sofort getan. Ähm... Ich bin schon wieder am Hungern. Ich muss erst mal was futtern. Also, ich meine jetzt nicht in echt, sondern, äh, noch in, äh, Minecraft. Mjam, mjam, mjam. Warum ist denn gerade die Frame-Zahl so niedrig? Das geht mir aber auf den Zwieren. So. Nein, nein, nein. Das da. War das überhaupt der richtige? Hä? Ach, ich dachte gerade, da schwimmt ein Creeper oder sowas. Also diese Tintenfische können einen schon mal zu Tode erschrecken, wenn man so ein bisschen aufgrund von Creepern labil hier Angst Dings ist, ne? Ja, das war gerade schon richtig. Na? Na? Bleib doch mal stehen, Kollege. So, das wollte ich. Ähm. Ja, nee, das wollte ich, das wollte ich ja nicht. Das war gerade falsch. Falsch gebastelt. Und, na, wann macht endlich die Schaufel kaputt, Plom? Wo ist denn mein Holz hier? Da ist mein Holz. Äh, so. Das wollte ich. Na, jetzt klemmt wieder die Laufentaste vor Freude über diese tolle Musik. Äh, na, warum ruckelst du denn gerade so, Minecraft? Jetzt war auf zu ruckeln. You make me feel so good. Ah, yeah, uh, ah, yeah, yeah, ah, uh, yeah. Obwohl ich den Anleger vielleicht doch noch ein Stück mehr ausbaue. Aber erstmal wird das jetzt das hier gemacht. Äh, und bitte nicht in die Schlucht reinfallen, ist so die Prämisse. Davor habe ich nämlich so ein bisschen Schiss. Aber auch nur so ein bisschen. Der Tod macht keinen Spaß. I love you, baby. Woo! I love you, baby. Komm, tanzt ein bisschen zu dieser wunderbaren Musik, während ich hier Erde in den Boden klatsche. Springt auf, hüpft durch die Gegend, schnappt euch euren Partner, oder wenn ihr alleine seid, schnappt euch, äh, nichts. Und freut euch trotzdem. Ich habe keine Erde, verdammt. Ich habe keine Erde mehr. Schnappt euch euren Kleiderständer. Ja, mit Kleiderständern kann man immer gut tanzen. Glaubt es mir. Ich habe es noch nie getan, aber glaubt es mir trotzdem. Äh, ja. Einmal hier ein bisschen was wegbuddeln. I drive you crazy. Yeah. Hast so ein bisschen was von 90er Disco, finde ich gerade. Oder kommt mir das nur so vor? Ah, ah, uh. Da, da, da. Da, 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 da. Yeah. Ha, ha. Yeah. Ha. Yeah. Jetzt kommt der Rap-Part. Ha. Will Smith macht auch immer. Ha. Ha. Yeah. Aha. Aha. Yeah. Yeah. Ach nee, jetzt wird gerade etwas stiller. Pssst, sei mal leise. Ha. Yeah. Ha. Ha. Yeah. Yeah. Ich lobe hier entlang und sammle Erde. Ich werde gleich auf dem Boden welche Erde klatschen. Was? Was? Was rede ich da? Der Satz war aber total Yoda. Yeah. Ha. Ha. Klatsche Erde auf den Boden. In das Wasser, um es zu vertreiben. Yeah. Ha. Und falle bitte nicht in die Schlucht. Ha. Ha. Yeah. Yeah. Bitte falle nicht in die Schlucht. Ha. Ha. Yeah. Bitte falle nicht in die Schlucht. Yeah. Ding. 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 Yeah. Ha. I wanna you love. Ha. I wanna love you, wollte ich sagen. Ähm. Ja. Yeah. I wanna drive you crazy, Holz. Holz, I drive you crazy. So. Und jetzt dort noch. Und es wird gerade dunkel. Ungut. Ungut. Ah. Da bin ich wieder zu schnell gewesen. Ich würde doch gerne jetzt das noch fertig bringen hier. Nein. Und zwar ohne zu sterben. Äh. Äh. Verdammt. Na gut. Andermal. Nehmen wir wieder unser fast komplettes, äh, komplett kaputtes Steinschwert. Oh. Da ist der Baum gewachsen. Das freut mich aber. Dann muss ich den gleich mal, wenn ich zurückkomme, fällen. Und dann gleich den nächsten pflanzen. Warum die Fichte sich weigert. Fichte jetzt wachse einmal. Du unfähige Fichte. Wie es wahrscheinlich, äh, der eine Soldaten-Chef-Typ-General von Robin Hood, Legende von Sherwood, sagen würde. Du unfähige Fichte. Ja. Und weiter geht's. Nächster Tag. Guten Morgen. Und ich würde gerne noch da vorne noch das, äh, bisschen Fettisch bauen. Und dann würde ich mal gerne wieder eine Aufnahmepause machen, damit ich nicht nur nicht in Minecraft verhungere. Falsche Richtung. Verdammt. Damit ich nicht in Minecraft verhungere. Nicht nur nicht in Minecraft verhungere, sondern auch nicht in Wirklichkeit, ne. Da wisst ihr, was ich meine, ne. Und hochgeläuft. Ja, genau. Dich. Warum fälle ich jetzt? Dich nenne ich Tom. Und dich hau ich tot. So. Und dann kommen hoffentlich schnell, äh, die, äh, Setzlinge runter. Damit da auch was bei rumkommt hier. Oder ich prügel einfach mal. Da fehlt noch einer. Ja. Während ich dich... Wo bist du? Setzling. Wo bist du? Da bist du. Äh. Ja. Essen brauche ich gerade nicht. Dann kann das Steak hier wieder weg. Wo sind eigentlich die Monster? Ich bin etwas verwundert. Ich sehe nämlich derzeit überhaupt keine Monster. Bewegt die Kuh sich überhaupt? Oh, da steht mein Minecraft gerade still. Ja, doch. Die Kühe bewegen sich. Ich sehe aber keine Monster und... Ich höre keine Geräusche von Minecraft. Das irritiert mich und ich hoffe, das ist bald wieder vorbei. Okay. So. Kommt da noch was? Ja. Der Baum hat sich schon mal ausgezahlt und vermehrt. Ist doch schön. Und noch einmal vermehrt. Wunderbar. Bisher hat der Baum drei Kinder. Kommen da noch welche? Na. Hüpf, hüpf, hüpf. Ne, nix. Oh, doch. So. So. Und. Ja. Da hat sich doch jetzt schon mal ordentlich was ausgezahlt, hä? So. Und. 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 Mein Gott. Was ist das denn für hektische Musik gerade? Bleibt trotzdem am Laufen, die Musik. Hier sind auch aber viele Blümchen. Sogar rosa. Das ist aber schön. Na. Weiter bauen. Ich werde jetzt mal nicht zum Bambus rennen, auch wenn der schon eingewachsen ist, wie ich gerade sehe. Ich weigere mich. Ja. So. Das war gerade ungut. Ich will nämlich das Holz gerne benutzen. Und nicht nur einfach irgendwo liegen haben im Wasser. So. Ist wichtig Holz, ne? Und wieder habe ich mich verbaut. Ich habe mich schon wieder verbaut. Da. 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 Ach ja. Ich freue mich eigentlich über diesen Monat. Diesen Monat kommen ja schon in Deutschland eine Menge neue Serien. Ähm. War der Gedankengang hier überhaupt richtig? Äh. Ja. In Deutschland kommen eine Menge neue Serien, wollte ich sagen. Und in der USA kommen sie in den nächsten. Natürlich fließt jetzt hier das Wasser rein. Das war ja natürlich so klar. Aber das ist natürlich meine Anlaufstelle. Das ist natürlich schön. Ähm. Ich wollte sagen. Ja. Und in Amerika fangen ja nächsten Monat oder Ende diesen Monat. Eigentlich. Ne. Eigentlich mehr als nächsten Monat. Also im September. Da fließt Wasser rein. Ich will das nicht. Alles Wasser. Verdammt. So. Zu. Und hier jetzt auch nochmal. Das spürt mich jetzt erstmal wahrscheinlich in die Schlucht. Und dann werde ich sterben und ganz laut Scheiße schreien. So. Ja. Was läuft denn alles in der USA? Was gucke ich denn gerne? Ach. Once upon a time kommt endlich wieder. Was ja in Deutschland dann jetzt auch erstmal nächsten Monat das erste Mal startet. Ach. Endlich eine Eisenschaufel. Und. Ach. Was kommt noch? Es kommt doch noch so viel. How I met your mother. To and a half man. Mit Ashton Kutcher. Also. Die letzte Staffel war ja auch schon mit Ashton. Das wird interessant. Also. Weiter interessant. Ich fand das gut. Viele wettern gegen ihn und sagen. Oh. Mit Charlie war es besser. Aber ich finde eigentlich. To and a half man. Mit Ashton Kutcher finde ich gut. Und ich finde auch die neue Serie von Charlie ganz gut. Anger Management. Sehr amüsant. Ach. Nicht ins Wasser fallen. So. Was baue ich denn jetzt? Jetzt habe ich nämlich hier einen Eingang. Und kann mich da rein theoretisch wunderbar runterbuddeln. Oder ich mache doch hier wieder dicht. Ja. Ich mache doch wieder dicht. Weil das so pretty ist. So. Pretty und dicht. Hier fülle ich erstmal wieder auf. Auch wenn das dann wieder. Voller werden könnte. Hier kann man nämlich an der Seite. Dann mit einem Schiff anlegen. Das finde ich ganz gut. Und hier geht es dann nach unten in die Schlucht. Vielleicht. Ich könnte die Schlucht sogar als Wohnschlucht nutzen. Außerdem habe ich hier gleichzeitig noch eine Mine. Was natürlich sehr praktisch ist. Ja. Jetzt habe ich es gleich wieder weggemacht hier. Ähm. Ich habe keine Leitern dabei. Verflickst. Egal. Dann baue ich mich halt gleich wieder mit einem Erde-Stack hoch. Und. Wow. Wow. Was? Wo kommst du her, Kollege? Oh Gott. Du hast mich erschrocken. Wo kommst du denn her? Ist der hier gerade gespawnt oder was? Ist doch nicht wahr. So viel zum Thema. Hier sind keine Monster. Scheiße. Na gut. Das hat sich dann ja mal erledigt, ne? Wahrscheinlich falle ich hier gleich irgendwo plopp in ein Loch. Und bin in der Schlucht oder tot. Und oder. Dann dürfte ich nämlich gleich wieder runter in die Schlucht und wieder meine Sachen einsammeln, wenn ich da unten sterbe. Da hätte ich jetzt auch so total gerade Lust drauf. Mist wäre das. Ich habe aber ehrlich hier in der Gegend keinen einzigen Berg, in den ich irgendein Monument reinklöppeln könnte. So wie hier in der USA die Köppe. Was mache ich eigentlich? Ich wollte doch eine Treppe hier runter bauen. Überintelligent. Das ist mal wieder gerade überintelligent. Kommt hier Wasser? Ne, hier kann ich dann aber auch noch ein bisschen. Da kommt Wasser. Toll. Danke. Ne, äh, ähm, Erde. Ähm, ähm, Erde. Ähm, 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 Erde. Ähm, ähm, Erde. Ist schon mal jemand unter einem Steg ertrunken? Dinge, die ich mich so frage. So. Ähm, ach nee. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder der Gag mit den, äh, mit den Treppen, ne? Ach, was? Willst du mich verarschen? Jetzt gehst du plötzlich. Treppe. Oh, eine Treppe gibt es doch nicht. Ist nicht wahr, ne? Naja, wie auch immer.